Verdächtig Teil 2 Das Chaos bricht aus Gestern wurde ich von meinem Arbeitgeber nach Hause geschickt. Ich bin ja Lehrer und das war die Schule und die wollten jetzt natürlich ganz schnell mal wissen, was ist denn die Sache? Weiß ich nicht. Ich bin als Lehrer an der Schule beschäftigt, bin nicht verdächtigt, habe einen Verdachtsfall in der Familie. Das Gesundheitsamt war noch nicht da, hat ihn nicht getestet, es liegt kein Ergebnis vor. Tja, was ist los? Jetzt soll ich zum Testen gehen und mich testen lassen. Ja, aber was haben wir davon, wenn wir morgen wissen, dass ich gestern oder heute oder zum Zeitpunkt des Tests keinen positiven oder einen positiven PCR-Test absolviert habe? Was soll das für Sicherheit bringen? Es bringt gar keine Sicherheit, weil ich kann mich ja in der kommenden halben Stunde bereits bei meinem Familienangehörigen anstecken oder morgen oder übermorgen. Und dann darf ich jetzt nicht mehr nach Hause, muss ich jetzt auch freiwillig in Quarantäne. Wen habe ich denn zwischendurch schon angesteckt? Also Angst und Panik überall und das ist nicht meine Schuld. Im Gegenteil. Ich habe darüber ewig geredet. Ich habe ständig darüber geredet. Ich habe mich ständig damit beschäftigt. Und ich kann allen nur sagen, guckt euch doch mal an, was mit Corona los ist, bitte schön. Es kommt niemand mehr ins Krankenhaus. Es sterbt niemand mehr an Corona. Es ist inzwischen klar, dass die Mortalität in der Größenordnung von Influenza und Rhinoviren und alten Coronaviren und sonst wie was ist. Sie sind nicht mehr und nicht weniger. Die Ansteckungen erfolgen auf gleiche Arten und Weisen. Mir sind keine Unterschiede bekannt. Es sind keine nachgewiesen. Ja, alles das, was man jetzt neu ganz schnell mal eben untersucht hat. Und was nach Neuigkeiten aussieht und vielleicht auch welche sind, die gelten wahrscheinlich auch für alle anderen Viren, mit denen wir bisher gelebt haben. Es gibt keinerlei neueste katastrophale Ergebnisse. Und das Einzige, was wir wirklich machen können und sollten es aufklären. Leute, kommt runter von eurer Panik und eurer Angst und es gibt keinen Grund dafür.